Mahlzeit! Ich bekomme 20 Boosterpicks! Hi, 20 direkt. Oh Mann, da muss ich mal schauen, ob wir noch welche da haben. Dann mach hin, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wo waren die denn nochmal? Mann, Mann, Mann. Hast du's bald? Ah, hier. Hab sie gefunden. Das sind doch keine Pokémon-Karten. Nicht? Nein, da müssen Pokémons abgebildet sein. Hm, dann einen Moment. Seppus! Mahlzeit! Was machst du denn hier? Was denn wohl? Ich kauf mir Boosterpicks. Cool, ich mir auch. Hoffentlich ist was Cooles drin. Das hoff ich auch. Kannst du mal schneller machen jetzt? Ich muss kurz meinen Kollegen rufen. Mike, kommst du mal bitte an die Kasse? Mann, das kannst du echt keinem erzählen. Nee, nee, nee. Ah, ihr zwei schon wieder. Moin. Mahlzeit! Ich bekomme 20 Boosterpicks. Der andere hat ja gar nichts gecheckt. Und ich bekomme auch 20. Einen Moment, ich schau kurz nach. Dann mach aber hinne, bitte. Also, die letzten 20 hab ich dir hier reingemacht. Jawohl, dank dir. Hey, ich bin ja auch Wilde. Tja, Pech gehabt. Ich war erster da. Das ist so unfair. Da kann ich nichts machen. Wer zuerst kommt? Mahl zuerst. Mann, oh, dann tschüss. Da hab ich ja mal Glück gehabt. Tja, so läuft's halt. Danke und tüdelü. Tschüss. Tschüss.